Hi, willkommen zurück bei Stray, hier auf meinem Kanal, dem Smoker. Es ist letztes Ding geblieben, als wir Clementine und Stray aus dem Gefängnis gerettet haben und genau da werden wir jetzt weitermachen. Also, ohne groß zu reden, schauen wir uns an, wie es weitergeht. Let's go! Hey, gammal das Ding. So. Kannst du aufmachen? Scheinbar nicht. Mal kurz reden mit dir. Was nicht geht. Was haben wir hier? Hier sind die Steine. Mach was draus. Was machst du? War sehr leise. Holberleiter. Ah, nicht ganz. Häck deine Socke? Ah, okay. Diese Welche versperren mal wieder den Weg. Sie werden mich sofort bemerken. Vielleicht kannst du versuchen, sie in die Zelle zu locken und sie dort einsperren. Kannst du versuchen. Siehst du den Typen da drüben auf dem Boden? Er wurde neu gebudet. Ich will mein Gedächtnis nicht verlieren. Ich habe solche Angst. Was ist er hier? Was ist er hier? Hier reinloggen. Aber wie? Oh, warte mal. Komm her. Du mit Drohne. Da ist eine Erinnerung. Ich will gar nicht wissen, wie viele Erinnerungen wir schon verloren haben. Verpasst haben. Dieser arme Kerl erscheint, dass die Wächter erbarmungslos sind, wenn man sich ihnen widersetzt. Genau das habe ich befürchtet. Sie haben ihn komplett ausgelöscht. Keine Gefühle mehr, kein Selbstbewusstsein, keine Erinnerung. Bitte, wir dürfen uns nicht erwischen lassen. Oh, das war die letzte. Sie haben acht Stück verpasst, hä? Passiert. Wer schafft das schon beim ersten Mal, Alter? Noch mal dasselbe Spiel, ja? Scheint so. Erstmal aufmachen. Das sind zwei Eingänge. Oh, es sind auch zwei Drohnen. Okay. Das wird aber jetzt interessant. Ey, du Drohne. Kommt mal mit. Jetzt habe ich nur eine. Nein. Hätte er klappen können. Und Schuss. Hätte ja klappen können. Zwei sind echt gemein. Hm. Wobei, warte mal. Ich kann nicht durchlaufen, okay? Gut zu wissen. Kommt mal mit, ihr zwei. Oh oh. Beide drin, oder? Ja. Beide drin. Alles klar. Warte mal, was sagt denn der hier? Gut gemacht, dass du den Wächter eingesperrt hast. Wir müssen uns unserer Macht zurückholen. Bitteschön. Warte mal, Clementine. Oh, da will ich nicht reden. Ja. Lass er eingesperrt. Bleib wach, Sam. Wir sind noch nicht in Sicherheit. Schaffst du's, oder? Soll ich mir woanders lagen. Da ist ein Hebel. Äh. Ah, da. Ich sehe jemand, nein. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus diesem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben aus öffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Wir vor allen Dingen. Bin ja im Endeffekt eh nur ich. Hä? Was ist hier? Schlüssel. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel in der Tür stecken lassen. Ich springe auf die Ladefläche des Lusters. Da sollte es in der Lage sein, über den Zaun zu klettern. Und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Was für eine kluge Katze habe ich da schon mal erwähnt. Das ist gar nicht laut. Oh. Warte. So schnell bin ich nicht. Dann wird er mich verarschen. Boah, knapp. Boah, knapp. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hallo meine dazeitige aufgabe lautet fönster putzen hallo wie kann ich dir helfen hey kehr mich nicht weg bin kein dreck wo ist der kontrollraum hier sei grüßt bewohner der mauerstadt 99 diese tür die an die oberfläche führt ist derzeit aufgrund der eindämmungsmaßnahmen verschlossen ja ja kontrollraum der wird dann hier hinten sein war inspizieren der kontrollraum ist durch eine art sicherheitsprotokoll verschlossen ist besagt dass nur menschen den raum betreten dürfen es sagt weiter dass ich nicht als mensch gelte das ist eine beleidigung sicherheitsprotokoll vielleicht können wir diesen durchgang öffnen wenn wir zusammenarbeiten okay ich verstehe jetzt kann kein dreieck drücken ja genau ist ja wahnsinn was für eine sicherheitstür das ist der kontrollraum für die gesamte stadt von hier aus haben sie alles kontrolliert und der ist leer ich weiß noch wie sehr ich das gehasst habe sie hatten alle sauberen lebensraum grenzenloser macht bewegungsfreiheit aber es hat ihnen wenig genützt die plage ich erinnere mich jetzt alle starben und sie dachten sie stünden über allem sie taten nichts um zu helfen ich sah zu wie meine familie starb ich fühlte mich hilflos ich konnte nichts tun um sie zu retten aber dir kann ich immer noch helfen wir können immer noch nach draußen gehen gemeinsam ich werde die erinnerung an die menschheit und die menschen die ich geliebt habe in mir tragen 30 prozent haben wir nicht gefunden das ist eine menge also besser runterwerfen genau das ist der hauptcomputer dem großrechner nachzuurteilen war schon seit jahren niemand mehr hier die ganze stadt steckt in einem abriegelungszyklus aus längst vergangenen zeit fest wenn wir ihn deaktivieren sollten wir die stadt verlassen können wir müssen den rest dieser systeme online bringen dieser computer enthalten die daten die wir brauchen wir müssen sie einschalten während du das tust suche ich nach passwörtern und verschlüsselten codes um in das system zu gelangen ok die alle hier oder was ist ja nicht schwer bis jetzt alle eingeschaltet es hat geklappt gut gemacht mein freund ich habe es gefunden ich weiß wie man die stadt öffnet irgendwas stimmt hier nicht warte vielleicht lässt sich das umgehen roof control station system lockt das ist die arbeitsstation um die stadt zu öffnen aber es gibt mehrere sicherheitssysteme die uns daran erhindern sie zu nutzen jetzt müssen wir das tun was wir am besten können ich hecke mich in die rechner und du machst ein paar sachen kaputt was wir sagen was wir sagen ok dann kratzen wir mal was für ein sicherheitssystem was eine katze überwältigen kann das system braucht mehr als ich erwartet habe was was wir werden wir müssen weiter machen das hätte ich sowieso gemacht ähhh der war da Ah, der Kabel folgt, da ist eine Kamera. Ah, okay. Das hat man gesehen. Mach dir keine Sorge, ich kann mich wieder aufladen, sobald wir die Arbeitsstation geöffnet haben. Du qualmst ganz schön, B12. Du willst dich wohl jetzt nicht opfern? So, aber wo ist jetzt der Schaltkasten für den hier? Ah. Ein Schaltkasten fehlt mir noch. Muss ja irgendwo hier sein. Aber auch irgendwo hier, oder? Wo komme ich nicht? Oh, hier. Ich glaube, dieser kleine Körper ist erledigt. Ist schon gut, das wird schon wieder. Trag mich einfach zur Arbeitsstation, wir können den Alarm ausschalten. Das war's, wir sind in Sicherheit. Hör zu, ich habe dir etwas zu sagen. Ich wusste, dass die Energie, die zur Deaktivierung des zentralen Kontrollsystems der Stadt nötig war, immens sein würde. Mehr als diese Drohnenkörper zu verkraften mag. Aber das Sicherheitssystem ist nun deaktiviert. Aber da das Sicherheitssystem nun deaktiviert ist, kann ich die Kontrolle über das System übernehmen und die Stadt öffnen. Wenn ich das System außer Kraft setze, könnte meine Software beschädigt werden. Aber ich hatte mich dazu entschlossen, als ich mich in den ersten Computer einklinkte, samt allen Konsequenzen, die das haben könnte. Es tut mir leid, dass wir die Außenwelt nicht gemeinsam sehen werden. Ich dachte, ich müsste die Erinnerung der Menschheit bewahren, um an die Vergangenheit festzuhalten. Aber ich sehe eine Zukunft in den Gefährten und in dir. Komm, lass mich das abnehmen. Du warst mein Freund, das Beste, was ich mir hätte wünschen können. Ich danke dir. Nein, B12. door opening Oh mein Ding, jetzt bin ich gespannt. Die werden kein Licht verkraften. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Amma B12 War ein treuer Gefährder Es gibt also doch einen Himmel Und jetzt Mach's gut B12 Jetzt muss ich wohl da lang Achso ich kann nicht mehr mit ihnen reden Es war im Prinzip so eine Art Bunker Die Taube Taubin Ähnlich wie der frischen Sauerstoff Die Taube Augenöffner. Das war's mit Stray. Das ist jetzt ein bisschen komisches Ende, finde ich. Weil, was ist zum Beispiel mit Stray seinen Katzenfreunden vom Anfang? Trifft er sie wieder oder nicht? Oder wie geht's mit den Robotern weiter? Ich hoffe, dass ein zweiter Teil kommt. Das Spiel ist ja durchaus sehr erfolgreich. Und ich hoffe, es kommt ein zweiter Teil. Gut, das war's mit Stray. Was soll ich dazu sagen? Es war ein sehr schönes Spiel. Ein nettes, kleines Indie-Game. Und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und vielleicht kommt noch was. Ich lasse die Credits laufen. Und ich werde heute noch was streamen. Ich werde dann noch eine Pause machen. Und dann wird nochmal gestreamt. Was dann auch auf YouTube natürlich hochkommt. Gut, dann werde ich mich jetzt erstmal an dem Punkt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Smoker. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020